Und ich weiß, wo dein Bachelor gefiltert wird. Saubogas! Woher weißt du das? Abo, fick dich! Stein und Balkan, die einzige biologischen Gegner, die du spielen kannst! Fick dich! Ich nehme das als Beleidigung! Das ist eine Mainchamp! Das ist eine Beleidigung! Das ist inkorrekt! Seine Mainchamps sind Supporter! Supporter? Was sind denn ein Supporter? Die Supporter sind dann Supporter! Was ist denn ein Supporter? Ein Teleportierer, der ein Supporter supportieren kann! Ja, genau! Das sind Stromanschlaggerät! Alle warten auf... Raphael, du hast mir einfach geschlagen und das nicht nur... Ja, auf eine Weise! Warum? Vergiss es! Ne, ich hatte es nicht verstanden, du warst bei mir grad abgehackt! Abgehackt! Hm, ich bin immer abgehackt! Und super lang so! Alle warten auf den Kleeblatt, Malfit! Ja, immer langbar! Immer diese Steine! Also... Du kannst nicht erwarten, dass ein Stein schnell ist! Ja, je nachdem... Ja, je nachdem... Ja, das setzt ja auch! Zwei Prozent schafft er auch, komm! Ich glaube nicht, Stein! Weil, ich weiß warum der zu langsam ist, der wurde mit Moos überdeckt! Es muss hin und weitergehen! Stimmt! Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ich würde mal viel nehmen! Ich würde mal viel nehmen! Ja, ich würde mal viel nehmen! Ja! Oder ich... Biker! Los als Weihnachtsstation! Dann passt doch zur Jahreszeit! Ja! Hab ich nicht! Pass auf! Ja, ich weiß! Hat das Spiel schon angefangen, ich bin immer noch im Doris im Nullscreen! Nur im Nullscreen, weil der Kleber, mein Feet, noch im Moosverfekt, aber ganz zu 100 Prozent! Oh, jetzt geht los! Jetzt geht's doch noch die Vorhersenne! Hi-Noon! Schatz! Ich soll es schaffen! Ich sage, dass der Nebenkunde zu Bautschät! Wie wird er richtig ausgesprochen? ausgesprochen der Heimungs statt zu Gartow ein Jahr so dort wird die Studierenden jetzt sind auf dort doch noch und ja Marco ich habe meine Lieblingsrunde ich habe aber nicht alle damit haben wir teilweise mit Abnuchfähigkeit stärktes in der Abtel die Kette und heißt was im Vorhinein die Verbrauchstelle der Kinder aber egal Prozent Prozent noch schenkt mit dem auch da ist ein Leben der auch nicht aber wie wir sind die Klinik auch nicht man muss werden ich habe den auch 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 der Fall auch auch Kupen die Wettbewerb die Schwerpunkt der Pfleger das ist ja so ein Schmack im Verhalten das Wort und war er hat man der vieler Kampf gegen drei der Quatsch-Kreiner der die die gleiche Begründung ein Prozent Ja, was denn? Kann deinem Bruder noch meine verfügte Handy-Nummer? Ja, warum? Stell dir das irgendjemand an, wenn er den stand. Und tschüss. Oh, Alter! Am besten nicht Kevin fliegen. Ja, ich glaube, er wird schwer, weil ihm so viel gebürzt. Der OS, wir haben ihn nicht so ganz. So ein bisschen. Ah, kacke, ey. Und jetzt im Tränke-Schluck. Boah! Bitteschön! Alles nur für dich. Ich würde dir vorstellen, den Tränke-Schluck. Drei. Zoom. Triff aus. Close enough, mann. Close enough. Ah! Ah, f*** dich doch, ey! Ah! Jawohl! Du führst doch den V-I-Megen-Happer hier! Fuck, Mann, Alter! Ich bin level 8 und ich brauch ein bisschen Leben wieder. Ich hab Kevin getötet. Ja, bei einem Keks dabei. Das ist ein Teil der Frucht. Dum, dum, dum. Guck mal, Marco, ich bin tot. Du willst mich. Hättest du Schengi getötet, dann hätte ich mich geworben. Arsch. Ich denk's echt, du könntest mich töten. War knapp. Wieso kann man durch diese Wind-Barriere durchlaufen? Ja, das ist einfach falsch. Das ist schon. Da bringt die Barriere doch eigentlich gar nichts, oder? Barriere fängt viel an. Alter, du kannst mich schlafen noch. Schlafen noch. Schlafen noch. Schlafen noch. Und tschüss. Jetzt war's mit unserem Yasuo. Soviel. 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 Nein, ich hab die weh verkackt. Ach dann. Ich will meine Unti haben. War irgendwo Neil-Pack da unten? MF, zwei Heal-Packs sind da. Braucht jemand noch ein Neil-Pack? Nee, kannst du ruhig nehmen. Ich kann das gebrauchen gerade, ja? Ah ja, du weise ich. Ja, dann komm einfach mal her. Ja, ich komm vorbei. Oh man. Warte, ich halte dich schnell. Das braucht nur 10 Sekunden, dann bist du... Oh, Mann. Lager. ... ... Es war ein Fakulier. Tumsch die Treppe, dass ich nicht überlebt hätte. Ah, fuck. Ifillim. 250, scheiße. Nein. Jugg, jugg, jugg. Ah ja. Er wird kritisch. Ah verdammt, wird man die Kuno machen. Ah, was ja. 1-5. 1-5. Kann ich in die Zeitzung sein. 2-6. 2-6. 3-6. 3-6. Soviel. Ja, jetzt mal gucken. Marco, hör auf, dich zu versuchen, dich umzudringen. Ich finde das sehr unsozial von dir. Ja, ein großer Poro. Okay. Scheiße, hast du umgebracht. Ich bin gerade gesagt. Ey, Waffeln, wofür empfieh' ich geil? Uh, da rennt er. Von Schluss mir ran. Ach mein Gott. Der Kopf muss nicht ausweichen. Das ging so schnell. Der Kopf ist zudem. Der Kopf muss nicht ausweichen. Ist minimal pech Rafael, leider gerade. Minimal. Ich glaub nicht, dass wir da auf Bistik nehmen. Das ist halt nicht klappt. Hier 2 Gold, so. Die sind alle level 6, sie sind alle level 5. Nein 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 nein. Das macht ganz gut. Warum? Was ist das RFA für fre? gar nicht wer hätte dies nicht also gut so gut ich will alt und der Weg die Leben haben die Kälte du stößt es aus der Scheiße gar nicht da er kann zu vergessen noch ein bisschen schütten könntest er hat nur mehr mal zu tun ich will das ist noch wie viel und ich habe keine 20 Uhr und das war er hat trotzdem noch geben weil es nicht mehr verletzt auch gut Marken das hat er auch schon und die Störner 3 3 Luschen die Dings kann sogar weiter das ist nicht so gut das unsichtbar werden Nein 3 zu 10 3 zu 10 ist ganz gut Ich wollte dich nur irgendwie wegkriegen von Neji meinst mein Hauptsitz der Flüchtlinge hinter die Wand stellen genau Ja Boah alter die Weh braucht viel zu lange bis sie einschlägt Nein Nein Ist Scherbsauer komm Geh drauf Kannste wohl vergessen Blöder Penner Oh L A D L Kürze 2 Morgens es hat eigentlich vor noch 10 Sekunden zu warten ich will die haben die Begründung der Kategorie vorliegenden Bordow ja ich komm wieder was von den Schänden doch gibt es nicht da oben noch oder die Kriege in der Torge das für ein paar Werte oder die Werte aber wohl so schlecht ich will abweiger umrein mann wird Prozent ich hatte gar nicht getan ich hab nur den Anfang immer was getan ich habe es nur ist dann also ich finde das ist nicht korrekt von mir die Dahlia auch scheiße aber ich habe es nicht verhauen das heißt was ging Ackner gut darauf rechtlich um die Sünder ein Mannort mit dem Artur ich will nicht haben das drüber auskommen und Bauer du bist du bist du und du hast und du bist noch nicht gestorben das müssen wir ändern BK Marco ich schulde beim nächsten Mal mit Ulfie ich garantiere es dir auch Fakt ich bin Arieger schon durch den Jahr da ich bin wo er sei kommst du jetzt noch mal her jetzt war ich einkaufen da ist ein ein das ist nicht in Ruhe das ist nur die ich habe gerade ein ganz unschönes Problem weißt du ich habe gerade keine Ulfie und da traue ich mich an kleine Weigas noch nicht ach so gut na sag's mir bescheid wenn du Ulti hast dann komm ich zu dir ja es war eine Minute ja eine Minute gut der Walter aber bestimmt auch schon wieder einkaufen langsam werden wir ein bisschen stärker glaube ich oh dann wäre der Streit what the fuck weg 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 der Damage von den Jinx Dritte ist eindeutig übertrieben verdammt der Thorin Kürzner mit bedenken das ist ein Ulti ha Tug Tug war haha hat gesehen wo ich war geplant ich hab das eigenes probiert es verreckst du es ist mir scheißegal wie du verreckst jetzt ja nicht an mich, super verdammt verdammte Scheiße ich krieg den Typ da kommt ein Karsis nix so jetzt können wir gegen Weigern gehen und bist jetzt fertig ja 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 ich hab meine Ulti nach dem Tod ja und dann können wir das gerne probieren ach ne jetzt war's dir wieder einkaufen ja jetzt war ich wieder einkaufen ich hab extra noch was für dich vor mir kiesel ähm gerade so soll ich mich nicht mehr so wunderbar oh nein da ist er wieder da war nein da ist er nein da ist er da ist er da ist er so heißt aber noch von dem ja alle gestand und wem auch sonst alle gestand genau nix Marco ich hab dir gesagt ich bringe dich und du bist mein nächstes ich hab dir gesagt ich bringe dich und du bist mein nächstes ich hab dir gesagt ich geh da jetzt rein, weiger, komm, ja nein, nein, geh weg ich hab dir gesagt ich hab dir gedacht ich hab dir gesagt ich hab dir gesagt ich hab dir gesagt es ist ein das war auch der Probe liebt mich nach der Probe nicht leiden ich habe das Bore schon gefiltert in da abgefahren ua ha ha auch er hat die Koppel und da auch weil die Luxulti nicht blocken kann aber auch die Luxulti ist kein Projekt viel von da ist das dann Leck mich am Arsch aber knöpplich mal er überlebt alles dort wollen sie nicht wollte ich gerade haben bei den Treppen oder was er hat nicht gelegt so ausreichend der Welt vor Ort die Kälte ich war überhaupt nicht sein aber die 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 heute das ist nicht okay dass du mich nicht magst und die jetzt kommt die Schäupte nachdem wir alle Eintracht war das sollte man die W erhofft werden als die E das ist dann auch gespielt anstatt nein aber der dritte wurde der Kuh habe ich ja jetzt mache ich die Ehe nur einmal und dann als allerletzte so gut oder ein Blöckchen würde ich dann auch länger nicht da ein aber das ist eigentlich nicht die Klinik der Lärm mit einem gewohnt die Teil des ersten Weg in der Stadt durch das Leben ich lasse mal her das ist doch mein Ulti abkriegen wer da ist zu spät aber er ist ein besonderes ich gebe euch noch gegen den Kopf Schnellens Prozent Prozent so Ja, ne, ist klar. Alter! Ja, ey, du bist zu greedy! Ihr seid alle zu greedy! Ah! Ich hab's mal rein geholt, die dann hätte ich mich bei euch vorher nehmen können. Ja, aber dann wären wir komplett tot gewesen, von denen wären's zwei noch am Leben und dann wären wir kaputt gepusht. Der geht nur auf mich. Der kleine Asiate da jetzt. Alter, was soll das? Die anderen sind auch noch da. Ihr seid, nein, seid ihr nicht. Der wasch hat alle tot. Das ist eine große Lüge. Und das Problem ist, wenn ich... Oh, Mann! Ich war gerade... Tschüss! War auch ein guter Moment, wenn die alle schön zusammenstehen, und da stehen die im Moment gerade die Gründe. Ja! Was? 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 Mach so. Oh! Nein! Das ist meine Schuld. Ey, das ist derF. Nein! Toh! Ich glaub die Gegend an dem mich schuld ist. Halt mich. Fillemann! Oh, Mann! Hey, der hat zu viele Schritte, mein Fall. Das ist derFau. überhaupt nicht steil er wurde muss bleiben da geht ein Auseinander und das bergert daher ein bisschen Schaffer getroffen werden ein auch auf Loll hat eine Mischung die Warte in 3,08 Sekunden ist klar es kann ich meine 4.000 Gold aus einer Lüderung entfällt 2 anstattdaten bei ich habe doch aber hat nicht mehr gekuckt ob du das war soll doch irgendwas liegen ja auch vom Warten und mit dem 2 3 aber als weitergeht in zwei Sekunden nicht du nicht du mehr fahrt ja nicht du nein scheiße da auch schade abonnt immerhin gut zu sein könnte nicht widerstehen und 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 der klar haben wir er hat einen macht er mal gar kein Schaden es der K6 macht gar kein Schaden wirklich ja zwei dritten meines Lebens von weg die alle von uns feindlichen um und das letzte absteht auch mal wenn die rafael er hat er ja er hat er gut und alle Wettbewerb das ist dann Prozent Nein die Taktik von mir ich tue ihr nichts da doch ein paar Wettbewerb in der Auge der Gegner von Beiger das so aber ich habe in der Nähe der Anleger ach 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 mein Name ein Blödsinn Blödsinn Marco ganz nein ja auch bei mir ich bin der Mann wieder meist dann noch meine Welt die Kammer aus Prozent das man aufgrund der war ein guter Buch mit dem Jörgen man wird und ein Standort meint meine Welt kann nicht aus das ist ungerecht oder wenn ich irgendwo fettgehalten werde mein Urteil nicht zünden darf ich bin es lustiger Kaffee ist der Beobacht mit der Kumpel das ist Raffaele Prozent Prozent ab ab bei Paprika Prozent Prozent die Schichter wieder schon ein Blut ab ab heute die Stadt auch gerade war auch Leuchten, ihr geht süß, das ist süß, das waren nur zwei Ulti und zwei von euch sind schon fast tot. Ah, ein Auto ist umso eine Ulti war das Kind. Und so eine Ku angeflogen. Fass du in Ruhe! Ich hab meine Elf. Ihr habt ganz lange gebraucht, um mich zu töten, und ich hab ihre Ulti verwendet. Warum? Für den, die halbwegs lange brauchen, um mich zu töten, bin immer noch ich, Raphael. Aber trotzdem, für mich hat sie ihre Ulti verwendet. Hm. Wann spawn Dari? Wann spawn? Äh, treib jetzt stehen. Äh, sind alle weg. Ah, war zu nah, scheiße. Hast du gesehen? Das wird noch ausgelöst. Das war eine Ulti, da hab ich dir Half-Life gezogen. Hm, ja, schon zu merken. Was doof ist? Dein Scheiß taunt hat mich reingezogen. Sollte auch so sein. Nein! Marco! Deine Exos, er muss überleben. Ich muss den Exos noch warten, bis du in Reichwelte warst. Aber der kam dann gerade nicht so weit angesprochen. Marco, du bist blöd. Ich hasse dich. Mann! Oh, du Armut, es ist mir leid. Auf mir wird! Da! Ui! Du hast was, Raphael! Du flogst automatisch rein! Äh, Raphael? Ja? Du hast noch nen Keks. Du brauchst noch den Keks. Jetzt musst du eigentlich rauskippen. Oh! Er hat noch einen Power-Keks. Was für einen Geschmack hat er? Ja! Keks-Geschmack. Ja, jetzt langweilig damit. Du hast auch den Keks gefälligt, einem kleinen Poro zu schenken. Ja! Pfff! Du hast einen Tor mal bekommen. Komm! 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 Und darauf. Lass mich hilf. Lass mich hilf. Lass mich hilf, lass mich hilf. Prozent in der Karte ein Dorn und geblieben die Elf die ich auch nicht das nicht mehr Prozent der Ecke auch ein Prozent der Fall ist ein weiteres aber in der Begelechtung A ein Prozent der Auer was auch das ist der Beiger Weg gut gemacht aber er wird nicht Hey, was war das denn? Wieso war der auf einmal bei mir? Ich kenn den. Ach einfach, das war meine Ulti. Weil du, wenn du unter Luft bist, durch mein Fit Ulti, Yannaku oder was auch immer, kann ich ja so die Ulti nur aktivieren und er schippt zu dich ran, kannst nix machen und es muss hinzufallen. Dann hat es nicht zum Zurspringen, wo man die Durchdringung. Ok, ja. Ich find das unfair, dass der das gemacht hat. Ich möchte, dass das demnächst wieder Malfight macht. Der ist netter, der haut mich nur hoch und nicht nach unten wieder. Ja, ich hau dich hoch und wieder runter, das ist verboten. Na gut, aber ich hau danach auf den Boden. Ist das viel angenehmer, oder? Ja, hm. Ich mach das wild-Zeiten. Oh nein, oh fuck, oh boy. Kill the fire! Nice. Let's do it, oh man. Well played. Nice, wow. Noch haben wir nicht verloren können. Ich hab' nur noch mal gewartet, wenn mein Licht zu tun kann. Er lebt noch der Weger. Der Weger, der lebt noch. Nein, nach mir Ruhe, ich geh mir zu meinem Form. Das ist schon. Nein. Ich hab' die Fressen, oder was? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ich stehe jetzt zu töten. Ich bin irgendein Mörder, meinten. Das ist normalerweise nicht gut. Aua, ist gut. Gut, gut, gut. Alter, das geht. Kaputt. Wo ist denn? Wo sind die denn, oder? Ich hab' grad mal mein Schild weggemacht. Aua. Das tut weh heute. Gut. Sehr gut, sehr gut. Hahaha. Ui, abgefangen. Nein. Flug auf Doom. Flug auf Doom. Kommt, mach die Ari weg. Okay. Ich muss vergessen. Nein! Ihr Schweine. Leiter. Schweine. Nein. Ari, ich konnte... Der Liebkult war zu lang. Wieso kann ich mich eh nicht aktiv sein? Sie hat nie mal lebt. Ja, was denn sonst? Der Liebkult war zu lang. Das ist schon... Der, 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 den, den an überlebt. Wie viel, wie viel... Wie viel hat es denn? Ich hab' noch fünf Sekunden bis Ulti. Okay. Weg doch, ey. Der Schleimtuch schwitzt am Rumsprint und kloppte. Wenn ich diesen Korokex aus, sieht er fernig aus. Das ist der einzige mit Keks. Können wir noch gut? Jawohl. Nein. Oh, boy. Oh, fuck this game. Ach du Scheiße. Oh, fuckeroni. Okay. Jawohl. Ich bin der Gewinn, der wäre verkrankt. Ja. Ja, falsch gesetzt. Jawohl, meiner. Ich stand gar nicht in der Ulti drin. Das fand ich unfair. Ich war einen Meter weiter weg. Nein, Marco, ich bin der wieder. Jawohl. Ich bin der wieder. Jawohl. Ich bin der Was ist Beurau, Mann? Ja, dann kam er elf angelaufen hin. Ach, scheine. Das war's, ich bin der, 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 Ja, eben, das ist es, ja. So witzig. So witzig fand ich das. Ich fand das Match ganz lustig. Ich auch. War mich dann. Ja, war cool.